Hallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einem weiteren Part Bus Simulator hier auf der Playstation 4. Schön, dass du wieder einschaltest. Heute am 29.07.2020 ist ein weiterer neuer DLC erschienen für den Bus Simulator. Dieser kostet 5,99 Euro und ist auf Steam erhältlich, auf der Playstation 4 und selbstverständlich auch der Xbox One und hört auf den Namen Mercedes-Bus Pack 1 DLC. Und mitgeliefert werden hier drei Busse, die wir uns jetzt natürlich hier anschauen werden. An der Stelle nochmal ein großes, großes, großes Dankeschön an Astragon, die uns den Key hier bereitgestellt haben, damit wir euch diesen DLC hier vorstellen dürfen. Ein großes, großes Dankeschön für euer Vertrauen. Und von daher würde ich sagen, wir legen los, schauen uns jetzt die drei Busse an, die jetzt nämlich neu mit dazu gekommen sind. Und von daher, los! Da haben wir an dem Mercedes Carpacity. Der ist 19,725 Meter lang, breit 2,55 Meter und hoch 3,12 Meter. Und zu guter Letzt haben wir noch den Citaro O530. 12 Meter lang, 2,05 Meter breit und 3 Meter hoch. Drei Türen, zwei Achsen, Ingame-Preis 150.000. Das sind die neuen Fahrzeuge, die jetzt im Bussimulator verfügbar sind. Und dementsprechend werden wir uns diese drei Fahrzeuge jetzt hier in dieser Folge anschauen. Von daher, ja, gehen wir mal zum Streckenplaner und holen uns unsere Tour, die ich dafür eins gebastelt habe. Nämlich die Mercedes DLC Tour. Spektakulär, oder? So, wählen wir hier schnell noch unseren Bus aus, den wir hier brauchen. Wir fangen erstmal mit dem Carpacity an, würde ich sagen. Mit dem normalen, oder machen wir doch normal, ne? Machen wir erstmal normal. Und arbeiten uns dann bis zum O530 durch. Da haben wir ihn. So, Schnellstart, Fahrstättenverkauf aus. Los geht's. Ja. Bevor wir es vergessen, ähm, da haben wir ihn, das ist er, der Carpacity von Mercedes, auf der Linie 84, Mercedes DLC. Und ihr seht schon, ne, der ist schon ordentlich lang. Fünf Türen natürlich richtig groß, ja, also da können schnell die Leute ein- und aussteigen. Die Sitzplätze hier. Und viel, viel Platz für Kinderwagen, Rollstuhlfahrer. So muss das sein. Ja, auch normal, ne? Könnte man auch als Gepäckablage zum Beispiel benutzen oder sowas. Aber von den Texturen her sieht das richtig, richtig gut aus. Also das kann sich mehr als sehen lassen. Bin da sowieso ein großer Mercedes-Fan hier im Bus-Simulator. So, an anderen Spielen mag ich jetzt Mercedes jetzt nicht so. Ja, und der O530, also der klassische O530, großartiger Bus. Ja, aber so die neueren Modelle nicht. Aber hier im Bus-Simulator, muss ich sagen, ist das mein Lieblingsfabrikat hier, ne? Also, wenn ich hier irgendwie was fahre, dann meistens immer mit Mercedes. Deswegen freut es mich natürlich umso mehr, dass hier ein neuer DLC erschienen ist. Wo man sich ein bisschen dran gewöhnen muss, sind tatsächlich die Bremsen. Die sind nochmal so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Bremsen, gefühlt ein bisschen schwächer, wird wahrscheinlich daran liegen, weil er hinten nochmal ordentlich schiebt oder sowas. Aber so sieht er halt aus. Kleinere Probleme sind hier zum Beispiel aufgefallen, jetzt hier mit dem Display, ne? Das flackert. Das kennen wir natürlich schon von anderen DLCs. Ähm, wenn man sich mal so, ich glaube der, ich weiß gar nicht mehr, wird der, ich glaube bei MAN war das Problem halt auch schon gewesen. Dass der halt so ein bisschen geflackert hat immer. Aber gut, es stört jetzt halt nicht massiv, ne? Also, das müssen wir mal lassen. Wie lange es einfach schon her ist, dass wir hier waren, ja? Im Astra Park. So, Fenster kann man auch aufmachen. Funktioniert, wir können hier Radio anmachen. Mach ich jetzt aber nicht. Ansonsten, äh, viele Schalter. Die leider ohne Funktion sind. Forschungszentrum. Forschungszentrum. Mööö. So fahren wir dann unsere Touren. Wir werden die anderen beiden Fahrten auch auf der Tour machen. Werden wir mal gucken, dass wir vielleicht nochmal die andere Tour zurückfahren. Vielleicht nochmal ein bisschen bei Gewitter oder Regen oder sowas. Werden wir mal gucken. Aber hier kann man uns halt gut sehen. So, Rollstuhlfahrer war nämlich dabei. So, ein schöner Tag. Können wir uns das gerade ziemlich mal angucken. Ja, ideal, ne? Hier, hier. Hier, da kommt ein Schwarzfahrer. Ach, guck mal hier. Ein Schwarzfahrer haben wir auch noch mit. So, dann Türen zu. Nordspeichel. Nordspeichel. So, wir aussteigen. So, steigt noch wer ein? Keiner, einer. Na, da können wir weiter. So. Südspeichel. Kapazitial. Der hat schon echt eine ordentliche Länge. In der Altstadt wahrscheinlich wüssten wir nicht einsetzen können. Und das ist noch die kurze Variante hier. Kapazitial ist natürlich nochmal einen Ticken länger. Fast einen Meter. Und das Ding dann halt da durch die Altstadt. Hui, da könnte man eine Challenge draus machen. Ja. Natürlich auch total überrascht gewesen. Letzte Woche ja noch der Sedra DEC erschienen. Ja, diese Woche gibt es den Mercedes-DEC. Ist schon nicht schlecht. Ja, dafür, dass die Jungs halt von Still Alive ja immer noch an ihrem anderen Spiel da jetzt arbeiten. Dieses Droneswarm oder Swarm-Drone. Ja, dass sie da noch die Zeit finden, dann praktisch hier den Bus-Emulator halt mit neuem Content noch zu füllen. Finde ich großartig. Ja, da müsste man einfach mal einen großen, großen Respekt aussprechen. Dass halt da wirklich noch neuer Content kommt. So, und wir können die Fahrt beenden. Nichts anderes erwartet als fünf Sterne. So, gehen wir zum nächsten Bus. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns den O530 an. Und zwar beim regnerischen Tag. Erstmal wieder durch unsere ganzen Busse hier durch. Das ist so eine Mischung jetzt, der O530 zwischen dem Mercedes-K. Da haben wir einen. So, los geht's. So sieht er auf jeden Fall aus. Können wir hier gucken. Wie gesagt, drei Türen, zwei Achsen. Kleiner Bus, den kannst du für die City ganz gut nehmen. Ne, und sonst sieht er halt so aus. Großer Spiegel. Hier hast du Platz, ne. Für unsere... Ne, hier hast du. Rollstuhlfahrer. Und sonst hast du hier noch ein paar Stehplätze. Natürlich alles wieder mit Mercedes, äh, lizenziert hier. Das, äh, ist schon mal sehr löblich. Und auch schön zu sehen, ja, dass hier Originale-Sätze dabei sind. So, lassen wir uns mal einsteigen. Wir müssen uns natürlich nicht im Regen stehen lassen da draußen. So. Die Tür scheint mal kürz zu sein. Und dann noch mal Astra-Perminade. Ja, ursprünglich gedacht natürlich, der U530, dass der Klassische damit gemeint ist. Weil ich jetzt auch weiß, dass wahrscheinlich jetzt so viele sich auf den U530 gefreut haben. Auf den klassischen U530, ja, der ersten Generation. War ich tatsächlich überrascht, dass es den U530 nicht nur in der ersten Generation gibt, sondern halt auch in der zweiten und sogar schon dritten Generation. Und, ähm, ja, wo der U530 angekündigt wurde, bin ich persönlich davon ausgegangen, dass es natürlich das ältere Modell ist, ne. die erste Generation. Und dementsprechend war ich natürlich ein bisschen verwirrt gewesen, dass, äh, wo ich dann hier in dem Spiel an sich war, ja, gesehen habe, dass es sich hierbei um einen weiteren C2 handelt. Und, ähm, ja, tatsächlich ein bisschen verärgert war, würde ich sagen, bis ich dann nachgelesen habe, dass es dann auch den U530 schon in den nächsten Generationen gibt, ja, in der zweiten und halt schon in der dritten. Nachzulesen auf Wikipedia, ja, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen und mal nach Mercedes U530 C2 eintreten. Einfach eben direkt auf dem Wikipedia eintragen. Und, man hat sich natürlich schon in dem neueren Modell halt angenommen, ne, statt, äh, den klassischen Alpen der ersten Generation. Und, ja, dementsprechend, falls die Fragen kommen sollten, dass es ja kein U530 ist. Doch, das ist ein U530. Wie gesagt, sieht man auf Wikipedia, ich war auch anfangs sehr überrascht gewesen, dass es den U530 auch schon in moderneren Versionen gibt. Nordspeichel, aber fände sich halt angenehm, ne. Da kann man nichts Gegenteiliges zu sagen. Ich glaube, so kleinere Mercedes-Busse gibt es gar nicht, ne, groß. Ist ja bloß der Zitaro K, weiß gar nicht. Ob es da noch eine größere Variante gibt vor dem Gelenk. So, sind wir weiter? So. Was hältst du davon, wenn wir morgen zum Strand fahren? Ich habe ab 4 Uhr frei. Oh, das klingt ziemlich gut, aber ich muss erstmal schauen, ob ich von meinem Badeanzug passe. So, jetzt. Ich bin zu schnell. So, erzählst du dir jetzt hier dann bitte mal wieder eine Kartenanweiterung? Oho. Oder Solaris und Bino, ja? 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 Astragon. Gibt es mal weiter. Bei so einer Stadt, also bei so einem nächsten Karten, die jetzt hier natürlich... Was ist Beethovens Lieblingswort? Ananas. Schon lange nicht mehr. Äh, jetzt ist der nämlich rausgebracht. Ähm, achso, ja, also als nächste Kartenanweiterung, ja, würde ich mir halt schon sowas wünschen, wie, ähm, ja, so eine Innenstadt halt wieder, wo vielleicht dann auch noch statt Züge dann eine U-Bahn fährt oder, ähm, eine Straßenbahn oder sowas, ne? Das wäre ganz cool. Und wenn es dann halt so geht, dann irgendwo hinter den ganzen Ort, sag ich mal. Hinter, hinter Sonneneck. Das wäre natürlich cool. So, auch hier wieder fünf Sterne. Und, ja, jetzt schauen wir uns noch den letzten an. Den Capacity L. Da wollen wir jetzt die umgekehrte Strecke haben. Und wir fahren bei Dämmerung. Aber nicht mit dem Mercedes, sondern wir wollen das Ganze natürlich mit dem Capacity L fahren. Aber ich muss da im Livestream mir mal die Zeit nehmen, so für eine Stunde und den Bussimulator spielen. So, sonst, wie gesagt, von draußen brauchen wir uns nicht mehr angucken. Und ihr seht, ne, das ist halt wirklich ein riesen Teil. Ich selbst, wie gesagt, noch nicht mitgefahren. Ich saß noch nie in so einem Bus drin. Allgemein, glaube ich, in so einem C2. Ich bin schon so lange kein Bus mehr gefahren. Aber das ist wirklich hier auch wieder, wie gesagt, diese riesen Flächen, ja, wo du halt einfach alles hinstellen kannst. Und schon fantastisch, ja. So. Vorwärtsgang. So. Vorwärtsgang. So. Alles einsteigen. Okay. So. Südspeicher. Ja, also, wie gesagt, also so nostalgisch, ja, wie der Astrapark ist. Ich bin ja letztes Mal wieder langgefahren und habe ich auf einmal wieder so eine Lust bekommen. Auf Busimulator 16. Danke, dass Sie so pünktlich sind. Einfach so Nostalgie halber einfach nochmal. Wenn ich so früh aufstehen muss. Aber ich glaube, das will sich halt heute keiner mehr angucken. Der Busimulator 16. Schön durch Sunny Springs da hier nochmal durchfahren. Was hältst du davon, wenn wir morgen zum Strand fahren? Ich habe ab 4 Uhr Freunden. Hm, das klingt ziemlich gut. Aber ich muss erst mal schauen, ob ich noch in meinen Badeanzug passe. Ja, wie gesagt, schade halt auch, dass es halt beim Busimulator 16 gab es nur MAN und Mercedes-Lizenz. Ich glaube, der Rest war ja dann so eine effektive Busmarke gewesen, die es halt in Wirklichkeit so nicht gab. Ja, und sonst ist aber Sunny Springs ein toller Ort gewesen. Damit fing alles an mit dem Busimulator, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall werden wir uns ab morgen erstmal zwei DLCs angucken vom Busimulator 18. Also wenn ihr mal so ein paar PC-Mods sehen möchtet, dann solltet ihr einschalten. Wie gesagt, morgen um 6 geht es los, dann kommt Freitag die nächste Folge. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Tschüss. Also so ein bisschen für den Busimulator halt interessiert, so ne. Wäre natürlich mega, mega nice. Du kommst zur Party im alten Sägewerk, oder? Na klar. Tja, und sonst, äh, was soll ich zum DLC sagen? Ist, also wie gesagt, Mercedes bin ich ja sowieso großer Fan von, hier gerade am Busimulator. Das war knapp. Soll ich dir ein Foto von meiner Katze zeigen? Ähm, fährt sich auf jeden Fall sehr angenehm. Hat jetzt, ich finde halt, dass er kaum jetzt so Unterschiede hat jetzt zu den ersten Mercedes-Bussen, ja, die von Standard aus schon dabei sind, halt Cockpit halt das gleiche, Kasse das gleiche, ne. Also es verändert sich halt wirklich nur das Außenmodell. Und gerade so wie ich jetzt hier fahre, ja, ich fahre halt immer nur in der Regel aus der Innperspektive. Ich sehe natürlich dementsprechend halt, äh, kaum was von dem neuen Bus, der jetzt hier halt, ne. Klar, du kannst halt mehr Leute aufnehmen und so weiter und so fort, ne. Da, äh, da schon, ne, da merkt man das hin. Aber so im Großen und Ganzen halt, ich glaube, ich hatte bis jetzt noch nie, dass ein Bus voll war. So, da wird ja schöne Blitzer. So, da wird ja schöne Blitzer. Und jetzt, wie ist das denn? Wie ist das denn so? Und wie ist das denn so? Wie ist das denn? Sieht ihr den ganzen Abfall an der Straße an? Warum kümmern sich die Leute nicht mal um ihren Müll? Parken in Perfektion! Ja, das nope ich mir. Ja, und sonst sieht er ja selbst. Das ist auf jeden Fall der neue DLC, der jetzt wie gesagt für den PC der Playstation 4 und der Xbox One erhältlich ist. 5,99 Euro wie gesagt im jeweiligen Store für einen Playstation, Xbox oder halt bei Steam wird euch das Ganze kaufen. Erweitert wie gesagt dem Bussimulator um drei weitere Busmodelle und somit entsteht doch schon langsam eine ganz große Sammlung jetzt hier im Bussimulator, wenn man mal überlegt, was da jetzt schon alles verfügbar ist. Wie gesagt, letzte Woche die beiden Sedra DLCs diese Woche, die drei Mercedes. Mal gucken, was uns nächste Woche erwartet. Halten euch natürlich auf dem Laufenden, falls da neue Informationen gibt rund um den Bussimulator bei uns in den ÖPNV News. Bedanke ich mich natürlich, dass ihr dabei wart und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, schreibt es gerne in die Kommentare, wenn euch Fehler aufgefallen sind, dann nutzt da die Funktion. Astragon wird sich das bestimmt nochmal angucken und wird sich das Ganze durchlesen. Vielleicht kann man das eine oder andere eventuell ja hier weitergeben. Und sonst, ja, bedanke ich mich, dass ihr dabei wart und wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Bis denn, Tschüss!